hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen video ostern steht vor der tür und wir basteln heute wieder eine runde was heißt basteln wir malen ich habe jetzt hier mal so eine leere eierschachtel und diese gemahle ich jetzt ich nehme dazu acrylfarbe und bestreiche dem deckel damit man die schrift nicht mehr sieht dann lassen wir das ganze trocknen und malen der schöne hühner oder sonstiges drauf mit den acrylfarben kann man ja so einer hand machen und wichtig der babdecke oder die babschachtel wenn man auch sagt in franken sagt man babdecke weicht nicht durch und es trocknet auch relativ schnell so dass man mit unserer zeichnung anfangen können so 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 so